hallo herzlich willkommen ihr denkt schon was ist hier los ist so dunkel ich möchte euch heute noch eine Lampe vorstellen ich habe es im letzten Hohrfolgen schon gezeigt euch und das ist die H-Curve jetzt fällt sie mir noch runter die H-Curve ist ein Klassiker bei uns kostet noch im Februar 42 Euro minus zehn Prozent kombinieren und sparen drei Düfte dazu minus zehn Prozent also tut euch könnt ihr sparen habt drei schöne Düfte dabei und eine schöne Lampe und ich wollte euch die H-Curve mal zeigen sie sieht schlicht und einfach aus seht ihr sie wird hat hier oben ein Keramik Schädchen das ist innen drin beschädigt also ihr braucht keine Angst haben wegen Wands und hat eine Glühbirne ich mache mich jetzt mal dunkel mit dem Licht und wir machen sie an sieht erst mal nichts aber tata jetzt kommt das wahre Licht vorstellen ihr seht es hier hinten an der Wand ein bisschen ich tue mal ein bisschen so macht auch ein bisschen leichtes Muster an die Wand und ähm in echt sieht das viel viel schöner aus noch und ähm er ist so schlicht und einfach und auf einmal BÄM kommt das Kleid heraus ihr seht es auch ich habe sie ja im Mini Schuhen die kleinen Curve das das schöne Gereffelte die kostet im Februar noch 42 Euro ab dem ersten dritten kostet die 50 Euro also es lohnt sich die Curve noch sich zuzulegen und ähm und könnt gleichzeitig bei dem Zubehör noch gucken da geht ihr auf Lampen also Duftlampen Duftlampen Zubehör da findet ihr Glühbirnen und das müsste eine 15 Watt sein oder ich hab 15 Watt sind das nur verschreibt ihr mich an oder ihr findet es auch auf dem ich guck grad mal hier ne ne 20 Watt sind das 20 Watt Lampe könnt ihr in verschiedenen Farben auch rollen rot lila blau und ähm könnt sie in ganz anderen Gewand verschlagen ich mach mal wieder hell also das ist mein neues Schätzchen mit anderen Schätzchen wo ich habe und ich wollte es euch mal zeigen jetzt habe ich wieder einen falschen Knopf gedrückt so wirklich was schönes edles unverscheinbar aber mit AHA-Effekt also AHA-Effekt und wirklich wunder wunderbar er schlicht einfach und dann wirklich ja schlicht und einfach aber wenn es an ist mit AHA-Effekt also das ist unsere Edge Curl Edge Curl wirklich ein Hingucker schlicht einfach aber wirklich wenn es angeht wunderbarer Effekt und auch ein schönes Lichtbild wenn ich einen Knopf finde an der Wand also wunderbar und es ist wirklich schönes angenehmes Licht muss ich sagen und mit einem schönen Duft dazu auch was wunderbares also wenn ihr sie noch haben möchtet schlagt noch zu ansonsten ab 1.3. kostet sie leider 50 Euro ich wünsche dir noch einen schönen Tag wir sehen uns demnächst wieder eure Josi Bye Bye Bis zum nächsten Mal